Ich finde, Energie, Nahrungsmittel und Wasser sollten möglichst am Ort produziert werden und nicht exportiert werden. Da sind wir schon mal klimaproblemlos. Ja, aber da haben wir ja schon mit Nestlé in unserem eigenen Land eine Firma, die schön der Gäste stürzt wird. Ja, Nestlé sieht schlecht aus, er sieht in den letzten Jahren immer schlecht aus und vielleicht ist das karmatisch. Vielleicht hat er noch gar nicht überlegt, was sie mit ihrer Politik aufführen. Weil ich denke, die vier Elemente, das ist Feuer, Wasser, Erde, Luft, gehören allen Menschen. Ja, da sieht er einfach anders. Das sieht auch anders. Und dort möchte er sich täuschen, weil es gibt Widerstand gegen diese Art von Politik. Hier darf man es auch äussern, ohne dass man so einen Weg runterfährt. Ich glaube, in einer dritten Welt ist es gefährlich, wegen Multisegertages zu haben. Ja, ich möchte ihn ein Ende umbringen und einen Nestlé scheiße finden, das ist ein Schlacherl. Ja. 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 Ja.